Mein Name ist Franzi und ich hatte die Instant Change Anwendung bei Brigitte Becker. Ich kann nur Positives berichten, ich bin innerlich ausgeglichen, meine Zweifel, die ich in jeder Situation eigentlich fast hatte, sind weg. Negative Gedanken habe ich einfach nicht mehr, bin klar im Kopf, nicht mehr so müde auf den Augen. Ich schaffe alles, was ich mir auch vornehme, das hatte ich mir auch so gewünscht und es geht mir alles besser von der Hand. Meine Merkfähigkeit ist auch besser geworden, ich merke sogar an meinen beiden Fellnasen, dass ich mich zum Positiven verändert habe. Sie reagieren auch besser auf mich, auch meine Mitmenschen reagieren positiv auf mich, ich werde auch mehr angesprochen, ich grüße fast jeden auf der Straße. Das Beste ist aber auch, dass Menschen, die mich vorher so leicht zum Explodieren gebracht haben, das schaffen die einfach nicht mehr. Ich bleibe innerlich ruhig, entspannt und das finde ich für mich persönlich eben auch klasse, weil diesen Stress habe ich dann halt auch nicht mehr und ich kann es halt jedem nur empfehlen.